Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Redgar Ich musste jetzt erst mal kurz gucken, wo war noch mal die Steuerung Aber ich würde noch mal gerne mit ein paar anderen Leuten quatschen Ah, hoi da, Sailor, kann ich ein Wort mit dir? Grüß dich, Stranger! Was kann ich für dich machen, Freund? Oh, die Frage ist, was kann ich für dich tun? Oh, ein junger Stranger in der Stadt, Angst, Schmerz, Schmerz und freiwillig, ein kleines Schmerz, vielleicht? Ich habe eine Proposition, die mir passt, aber zuerst, dass ich mich vorstellen kann Kotaro, Kontraktor von Strauss-Makai, bei deinem Dienst. Zara ist schmerz. Ich frage, ob du meine Frau, Zara? Ich komme zum Strauss-Makai, um herauszufinden, was mit ihr passiert. Ich bin froh, dass ich sie nicht weiß. Ich bin nur ein einfacher Mann. Du hast vielleicht versucht, uns zu trinken, auf der Dragontail. Es ist ziemlich überall, als Strauss-Makai durch seine Tür, eventuell. Okay, was über die Lied? Was wissen Sie über eine Gruppe von Ruffians, die sich selbst der Restless-Lied? Was? 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 Okay, okay, bisher haben wir noch nichts wirklich neues. Wird noch mal dahinten hingehen. Wenn ich den Weg dahin wieder finde. Doch wir müssen glaube ich wieder hier hoch. Erstmal. So und dann hier lang. Ich würde mir wirklich gerne eine Map kaufen wollen. Gab es hier nicht irgendwie noch einen Laden oder so? Müsste ich mal schauen. Müsste ich mal finden. Das sieht ja wie ein Laden aus. Ah nein, genau das ist der Kartograph. Oder? Gucken wir uns das mal an. Ich feiere immer noch die Bilder hier. Im Ladebildschirm. Also hier geht es direkt nach oben. Ah, kaputt. Willkommen zu Jifers. Heil Desert Walker. Ich bin Cyrus. Jifers ist an deinem Service. So. Buy Books. Gucken wir uns mal an. So. Elfen Artefakt. Dwarven Lore. Flora of Hammerfell. Redguards. Their heroes in history. Fullcase Feminine. Weißt da irgendwas über Izara? Die Frau ist weg. Sie kennen sie? Sie kennen sie? Eine sehr freundliche Geschichte in der Stadt. Jifers erinnert, dass er nicht die Frau in ihrer Freundin kann sein. Mit ihren Freundinnen. nimmst du dir immer mehr. Never heard of a group called the Restless League. Some say pirates, some say rebels. Jifers knows too little to judge. Rumore calls them secret allies of the late prince. Where do they survive the crowns defeat. Jifers cannot say. Ok also. Der hilft nichts. der hilft mir nicht weiter gehen wir mal wieder raus ich hätte jetzt wirklich gerne irgendwie oder eine map auf jeden fall oder ein paar mehr halt drängen oder vielleicht ein besseres schwert irgendwo muss es doch ein besseres wert geben da haben wir wieder den kartographen wo war denn der shop gab es doch irgendwo noch einen shop oder was will der denn Entschuldigung, kann ich dir helfen? ja was willst du? ja, ich will etwas über die zara sagen ok, wie sieht man das Lied aus? ok, kannst du mir noch etwas über stross mckay sagen? was does stross mckay hold for you? i'm what everyone likes to refer to as mr fixer i'm cursed by an actor oh, and by the way, if you see a man named terrific, tell him i'll get to his boat when i have time if i see the fellow, i'll tell him and as for what keeps me in stross mckay was the empire and rickson and all well, i lived here a long time with friends and roots here and stross mckay has deep roots ancient history and there's the real history ok, dann suchen wir mal den tube nochmal wir haben jetzt unsere erste richtige quest auch wenn er eine kleine ist so, das war nicht der auch nicht die boah, warum haben die so eine unangenehme Stimme? als wenn Frauen sich so unangenehm hören also ein Fantasy-Spiel meine ich jetzt so, also bitte nicht falsch verstehen bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen also ich meine jetzt wirklich in Spielen warum haben die die Stimmen so unangenehm gemacht? so, warte mal enter dwelling ok, hier komme ich nicht rein aber... Frithic war doch irgendwo hier unten, ne? habe ich mich gefasst dafür? ne suche ich trotzdem mal den Jude wo ist denn der Trunkenbold? da haben wir den ne, er war da, nicht der Trunkenbold Trithic, kann ich dich wieder bemerken? natürlich, mein Junge äh äh wo ist Strauss-Makai unter Imperial-Rule? die 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 YOKUDA? So, HUNDING? Wie mit Goblins? Was weiß er über die Leak, Restless League? Sie waren das notwendige Kanzler einer Nation, die verbreitet und in Krieg, auf den Grenzen, wo das Königskirchen die größte Wälder, durch die weibliche Wälder. Die weibliche Männer, deren Namen oft oft in Halt sind. Hm... Sie glauben nicht zu falsch, denn sogar der Prinz hatte ihre Gere. Was hat sie jetzt mit Prinzen auf sich? Was haben die Imperierler den Prinzen gemacht? Ahtor wurde auf dem Meer geflogen, und dort hat sein Körper verloren, dankbar. Already, die... ...obligatorische Prophecy von seinem Rückkehr hat begonnen. Spoken in Hush. An ille Surrogate für true hope this season. Die Red Guard sollte besser wissen. Seid zu desperativen Omen. Die Sonne der Saden hat uns verlassen. Wind, swift und schade. Never zurück. Er... 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 ...Body thankfully lost? How can you be thankful that Prinz Ador's body was lost at sea? Insofar that the seabed may claim him before the Necromancer does, that is all. That his soul may rest easy from the snare surround. Necromancer? Tell me about the Necromancer. A westward evil. A seat in the ash-gray shoals. On parade now that the Empire's here land. So don't die. I'm gonna die. What is the snare surround? The Necromancer's curse. Rising in the near here. Only a death away. Its magic... ... snatches at your soul. Should you perish. To fuel some darker deal still. Where far west are the shouls? Shouls? Okay. Follow the path over the... ...Bridge. Oh sorry ich bin ein bisschen müde. Ist auch spät. Für mich ist ein Gleichpunkt 2 Uhr. Na ja egal. So dann. Gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt aber keine Ahnung wo ich hin muss. Wo bin ich denn in die Katakombe? Steht hier irgendwie was? Äh. Thrythic saves any Goblins in Strassenkai are banished beneath the Earth of Strassenkai. Thanks to Franda hunting. Ah ok. A necromancer curse affects Strassenkai according to Thrythic. When the necromancer is found lied to the west along a path over a bridge. To freedom through Prince Aktor's body was lost at sea. They are already prophesied of his return. Ok. Boah ich bin echt müde. Aber ich habe auch keine Ahnung wo ich jetzt hin muss. Ich würde gerne die Katakomben suchen. Wo die Katakomben suchen. Äh nein. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Nicht wieder. Wo finde ich jetzt eigentlich die Katakomben? Beziehungsweise wir könnten jetzt nochmal zum Kartografen gehen und dann nachfragen ob er vielleicht jetzt doch endlich mal für uns das eine Ding hat. Die Karte. Ob er die uns jetzt doch machen würde. Ob er die uns jetzt doch machen würde. Boah ich würde mir wünschen dass man ein bisschen schneller rennen könnte. Oder sprinten wenigstens. Boah warum ist die so unangenehm die Stimme. So Kartografer gehen wir nochmal da rein. Oh nein. So. Hat er jetzt eine? Maiko? Well. Hallo Maiko. Hallo Cyrus. Was kann ich für dich machen? Ja äh ich hätte gerne eine Map. Hast du noch eine Map für Verzuse? Sorry ich verkaufe nicht. Kontraktarbeit nur. Aber vielleicht kann ich eine Map für dich machen? Keine Facts. Sehr gut. Bitte lass mich wissen ob ich dir helfen kann. Ja ich würde eigentlich gerne. Weißt du irgendwas über Isra? Wie Zara? Wie Zara? Ich bin Angst nicht. Oh ok, was weiß er über die League? Ich kenne was wahrscheinlich. Okay, was weiß er über die League? Nein, nein, das war die League Unrest. Nein, nein, Entschuldigung, ich bin einfach nicht familiar mit ihm. Ich glaube, er ist da doch mit denen irgendwie... Ich glaube, er hat Sponen mit denen irgendwie sind zu tun. Ich finde es so schade, dass er uns immer noch keine Map verkaufen will. Vielleicht haben wir einfach zu wenig Geld. Jo, flitzt er erstmal ordentlich wieder. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht weiter. Ich glaube, wir müssen doch vielleicht erstmal so ein bisschen raus. Aus Drosten Kai. Da hinten geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Red God! Ne, mit dir will ich jetzt nicht quatschen. So. Genau, hier sind wir jetzt erstmal wieder im Jail. Äh... Kloppt das Ding da auf einmal erstmal auf. Nein, 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 nein! Nicht runter, nicht runter, nein! Kann ich hier irgendwo wieder hoch? Da hinten geht es ja auch noch weiter. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde hier jetzt nirgendwo gefressen oder ertrinken. Okay, hier kann ich noch nicht. Jo, erstmal unter die Map gucken. Okay, ich glaube, wir müssen eher in die andere Richtung. Da kommen. Da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Da hinten. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir rauskommen. Ich habe jetzt keine Lust von einem Kraken hier gefressen zu werden. Ich habe noch nicht einen Kammer. So, das ist ein Schöpfe. Muss ja auch meinen Schöpfe in der Möche fliegen. So, das ist ein Schöpfe in der Möche. bleiben ansonsten fallen wir ins wasser und kommen nicht mehr raus und ich hoffe wir werden da vorne gleich nicht gefressen oder angegriffen wenn wir im wasser sind denn es ist jetzt gefühlt tausend jahre her wo wir gespeichert haben hier kommen wir noch nicht hoch oder vorne vielleicht hier ja okay dann hier eben ganz schnell ein save game machen so so was ist denn das hier eigentlich keine ahnung da haben wir einen händler hier ist der gericks gut gehen wir da mal rein so mal schauen was bei dem gibt's examin torch ah da ist der händler garrick heißt er bestimmt hoch helf wahrscheinlich so zara a lovely name i believe she may have been mixed up with those mariot zyp pirates Warte mal. Okay, der weiß bestimmt mehr. Aber sie war sehr beeinflusst. Schwack! Ist es genug Geld? Malachite? Eszara hat mir ein wenig Geld für die Malachite gegeben. Viel mehr als er es kostet. Ich sagte, ich konnte es für sie eine Bezahl für sie in drei Wochen. Aber sie hat es direkt mit dem Geist. Ich bin Angst, dass sie versucht, die Manten der Schmuggler, liebe ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt eine große Karte mit einem Schraubchen von Gold. Azara sagte, warum sie die Malachite brauchte? Ich bin sorry, nein. Es gibt noch viel mehr für ihn. Jetzt, dass die Alchemist's hauptsächlich ist. Bäh! Oh, Bramish, Krussfinger! Bäh! Die Schraubchen sind tot? Ja, unter der Schraubchenkarte. Ein ouvertes Geheimnis rund um die Stadt. Ich bin sicher, dass die Schraubchen mit dem Restloser verbunden sind. Sie verkaufen Valenwood-Wine, die von meinen eigenen Schiffen verholt haben, auf doppel der Preis, seit sie keine Komponente haben. Ich kann es nicht tun, natürlich. Ich bin ein schöner Geheimnis. Ich glaube so. Ein alten Bramish. Der Alchemist hat sich einen oder zwei von Zeit zu Zeit verkauft. Aber er ist jetzt tot, diese sieben Jahre alt. Und die Magisch-Gilde bekommt ihre Komponente. Also habe ich noch malachite gekauft. Okay, Magisch-Gilde. Die Magisch-Gilde zahlt Komponente? Ja. Sie haben jetzt eine offizielle Monopole über die Komponente der Komponente. Archmage Boe ist der Komponente. Ja. Das ist eine. Dwarven wun président, wie die Komponente der Komponente. Und die Komponente als die E��ankinnen und die Komponente. Archeologische Wunsch und die Räume hochkommen. Wuhh! Wuhh! Das geht gut. Dann geht's um sieben. in Ruins. Auf dem Süden des Islens. Du kannst nicht rein kommen. Brickton's Männer haben die Garten geöffnet. Danke für die Zeit, Garret. Boah, ist der langsam. So, da bin ich jetzt gespannt, was eigentlich dann da weitergemacht wird. Also wie es weitergeht. Denn bisher haben wir jetzt noch nicht großartig Strassenkai-Palassen. Also die Stadt hier, Strassenkai. Wir waren nur jetzt intern hier unterwegs. Und ich würde schon gerne mal eigentlich... Boah, wieso haben wir die Stimmen so unangenehm gemacht, wirklich. So, okay, jetzt geht's rein. Okay, man sieht schon ein bisschen, da wurde einiges zerstört. Ich finde es interessant, dass hier im Namen der Kaiserlichen Scheiße gebaut wird. So, gibt es hier noch nie? Das finde ich cool. Ja, komm ich will da rum. So, hier muss doch jemand sein, mit dem ich quatschen kann, oder? Einmal in Zukunft geguckt. So ok dann suchen wir mal den Magier, irgendeinen Magier und tagsen den auch nochmal voll. Jo, so gehts auf. Ist hier noch jemand? Schauen wir mal den Buch. Ok. Aber hier ist sonst niemand. Kann ich durch die Tür? Einmal versuchen wir es noch. Ok. Ok, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder raus. So und dann würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, 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 ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020